Es ist eine alltägliche Szene in den Höhe gelegenen Vierteln von Caracas. Dutzende Menschen klettern auf den Hügel, um Kanister mit Wasser aus kaputten Leitungen aufzufüllen. Die Trinkwasserknappheit in Caracas spiegelt die unzureichende Versorgung in vielen anderen Regionen der Welt wider. Daran erinnert die UNO anlässlich des Weltwassertages. In den Entwicklungsländern sind viele Trinkwasserprobleme auf das rasche Bevölkerungswachstum und fehlende Hygienekontrollen zurückzuführen. Und darunter leitet die Gesundheit vieler Menschen. Laut UNO haben zwei Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und jedes Jahr sterben 1,4 Millionen Menschen an Krankheiten, die durch mangelnde Wassersanitär- und Hygieneversorgung verursacht werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017